Hallo! 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 Was ist das? Was ist das? Hähnchenbrust Hähnchenbrust Ja Mit Sotrot Mit Farbe Mit Farbe Wie Hähnchenbrust Mit Farbe Warum so viel Also es gibt heute Hähnchen Hähnchenspieße Sagen wir es mal so Hähnchenspieße Wird was für Kinder geben Wird heute nicht scharf Und ich denke mir das wird also für Kinder Was ganz tolles Ganz genau Kümmel kommt dabei Muss nicht unbedingt Deswegen kannst du auch wechseln Auf Pfeffer oder was Musch nicht unbedingt Kümmel Dabei nehmen Aber Porn hat zurzeit gerne Kümmel Ist ja gar kein Thai Kümmel oder? Ist das eigentlich typisch Thai? Keine Ahnung Ist das doch von Deutschland Ist das doch frisch? Ja Egal Also Hähnchenbrust Spieße Mit Bisschen hübsch machen In Thailand ist er wichtig Muss er immer hübsch haben Bisschen Farbe drin da Und im Backofen sogar Im Backofen sogar Im Backofen heute Im Backofen heute Ja Neue Maschine Neue Maschine Wir werden heute testen Ja Und ich würde sagen Lass uns mal anfangen Hallo Guck mal Ich guck mal So Was haben wir heute? Wir haben Hähnchenbrustfilet Zwei Stück an der Zahl Schön Und was isst du? Ich hab Ich hab Bisschen Jetzt weiter An Zutaten Eine Kelle voll Pfeffer So Knoblauch Rinder mit Äh Koriander Immer schon Koriander Mit Wurzel Alles hinein Dann Was ist das denn hier? Farbe Farbe? Ja Wofür brauchen wir Farbe? Die rote Farbe Ach Okay Gut Mixi 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 Durch den Mixer. Oh, das ist ganz trocken. So sieht das aus. Dann kommt es in die große Schüssel. Wie viel? Ein bisschen. Ich habe es gar nicht gezeigt. Das ist die süße Sahne, die süße Milch. Zucker schon. Kümmel. Ist das eigentlich Thai-Kümmel? Keine Ahnung. Wir haben es noch da. Komm, komm mit rein. Mit Kümmel. Ist das nicht tückisch, oder? Dann? Dann? Pilzsoße dick. Pilzsoße dick. Pilzsoße dick. Sesamöl. Nein. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber es gibt nichts. Also hier. Ein bisschen. Dann die Farbe. Normalerweise hatte ich Curry alles. Aber dann heute umtauschen. Wenn die rote Farbe. Bitte. Ist das echt nur Farbe? Ist das Lebensmittelfarbe? Ist das Lebensmittelfarbe? Ich werde das jetzt nicht lesen, Jungs und Mädchen. Ich darf Teil jetzt hier. Da ist ein Goldfisch drauf. Ja, wir müssen dann übersetzen, was das ist. Das ist Lebensmittelfarbe. 0,005% Ah, jetzt ja. Ach Gott, wie viel. Das gibt aber eine Farbe. Kann man da nicht Curry nehmen? Kann, aber wir haben zu viel. Wir machen heute mal nicht Curry, wir machen heute etwas anderes. So, dann. Mal nehmen. Ein Schabelsmesser. Ein wenig einschneiden. Noch mehr schneiden. Noch mehr schneiden. Zub, zub, zub. Zub, zub, zub. Zub, 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 zub. 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 Zub, zub, zub. Schön machst du das. Ich bin begeistert. Das macht mit alle jetzt. Okay? Nein. Dann schneid du erstmal. So, wenn alles dann geschnitten ist. Oh, so alles. Oh. 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 Das sieht lecker aus, mein Schatz. Ich denke mir, das gibt mehr wie 5 Punkte. Das weiß ich jetzt schon. Also schön mixen. Dann hinlegen, warten. Ein bisschen einziehen lassen. Ja, ganz kurz. Ganz kurz. Heißt? die kameras noch mal auf lassen und ein bisschen was also ganz kurz eben je länger desto lieber ja wir müssen ja pünktlich essen wir machen das heute im backofen und zwar in den guten alten thai backofen ach du machst hähnchenspieße ist nicht möglich wenn ich mache da pommes bei so keine pommes also spieße machen ist er neu oder mit verwoll gewaschen das erste mal heute nein nein hast schon mal benutzt der andere ist echt kaputt er hat sich in seine bestandteile aufgelöst ich war da unten da diese heizgitter da drin da war total alles verrostet und er konnte nichts mehr anschweißen naja egal hat er neu geholt was kostet denn hier wir haben noch einen richtigen backofen haben wir noch was heißt richtig jetzt nicht so wie in deutschland aber auch noch aber der für so kleine sachen dann nimmt man halt mal den hier so jetzt machst du das dann da rein obwohl wie viel grad haben wir denn da drin obwohl wie viel grad haben wir denn da drin ach so man kann mit spieß machen oder ohne spieß machen richtig mein schatz 20 minuten 180 20 minuten schön ober und unterhitze 20 minuten ok ja das war die tüte also ganz klar lebensmittelfarbe ich krieg's gar nicht mehr runtergeschrubbt ok ihr noch umholl lebensmittelfarbe war das schon fertig das ist sicher ja 20 minuten ja sich ja Deswegen habe ich gesagt, was isst du denn, mein Schatz? Das sieht ja also wirklich herzallerliebst aus. Ah, dekoriert mit Basilikum. Schön, Hähnchenspieße. Und jetzt passt mal auf. Jetzt hat der Uwe sich was ganz Tolles ausgedacht. Farblich passend zu dem Gericht heute. Na, ist das nicht etwas herrlich? So, probieren. Jetzt pass auf. Mal probieren. Normalerweise mit Reis, gell, ist klar. Ja, man findet nicht Hunger. In der Pfanne kannst du auch machen. Ja, richtig. Genau. Kann ich machen? Allein? Fliege so viel, mein Hort, mein Hai. Wetter ist guter. Ja, 6,30 Grad. Hat geregnet. Spül, fliegen kommen. Und mit dir los? Warm. Hm. 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 Heute nicht scharf. Nee. Nicht scharf heute. Für Baby. Ja. Also heute was für Kinder. Absolut nicht scharf. Gestern scharf. Hm. 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 Die Farbe? Gestern von Manna. Gestern war ja. Ja, ja, ja. Hm. Hm. Die Farbe? Nee, die schmeckt man nicht raus, die Farbe. Hm. Die Farbe. Hm. Hm. Muss also nicht rein, die Farbe. Nein. Es ist nur was da fürs Auge oder so. Ja. Und tut nicht Not. So, ähm, vom Geschmack her. Hm. Hm. Nicht zu lang machen. 20 Minuten ist zu lang. Zu lang, ne? Zu lang, ja. Hm. Zu lang, weniger machen. Hm. Nicht mehr ganz so saftig. Ne? Trocken, oder? Nicht trocken, nein. Nicht trocken, nein. Nicht trocken, nein. Nicht so saftig, ne? Also, eine Viertelstunde. Was ist für ein Ding? Viertelstunde, 15 Minuten. Ja. Hm. Hm. Ich sag, vom Geschmack her, gut. Hm. Hm. Gefällt mir. Hm. Hm. Ich sag mal, 8 Punkte heute. Wieso? Warum nur 8 Punkte? Noch ein bisschen lange, ne? Ein bisschen zu lange. Und nicht scharf, oder? Ja, genau. Hahaha. Es liegt bestimmt daran, weil der Backofen neu ist, gell? Gell? Mein Schatz, der hat so viel Bauern drin, ne? Hm. Hm. Gut. Also. Das war's für heute. Hm, 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 hm. Immer daran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und tschüssle. Also das kann's heute für Kinder geben, ne? Das ist also heute was für Kinder. Ähm. Nicht scharf. Geschmack her gut. Und, ja, das kann's Kinder machen. Mit Pommes dabei, dann sind die happy. Hallo. Ich schwör, ich schwör, ehrlich. Das war's, tschüssle, ciao. Tschüss.